Ein schöner Herbsttag und wir gehen wandern. Treffpunkt ist in Holzkungen auf dem Parkplatz. Unser Wanderführer heute ist der Helmut und 46 Personen sind gekommen. Da sind wir gestartet und dort wollen wir hin zum Café. Nach der Begrüßung und einer Ansprache von Helmut ging es dann endlich los. Ach ja, Elke hat ihr Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch von allen. Entlang am Wittensee Bei diesem herrlichen Wetter Warten bis alle da sind, dann ging es über die Bundesstraße Richtung Westensee. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das ist unser heutiges Café Team. Wir wurden von den Besitzern persönlich begrüßt und es war schon schön eingedeckt. Sehr gemütlich hier mit schönem Blick auf den See. Dann ging es überwiegend durch Wald wieder zurück Richtung Parkplatz. Insgesamt sind wir ca. 13 Kilometer gelaufen. Es war ein schöner Nachmittag. Kommt alle gut nach Hause und Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017